Glück auf Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute will ich mit euch meinen Gaming-PC zusammenbauen, auf was ihr alles achten müsst, wie man das Ganze zusammenbaut und das Ganze ist mit freundlicher Unterstützung von BeQuiet. Ja, willkommen zum zweiten Teil, im zweiten Teil möchte ich mit euch gerne ein paar Komponenten verbauen, ihr seht schon hier mein neues Mainboard, das Maximus Ranger von Asus, ist ein sehr, sehr schönes Mainboard, auch die Verpackung, wie ihr hier schon sehen könnt, sehr, sehr geil. Das Mainboard ist natürlich dafür geeignet, dass ihr eure CPU übertakten könnt, war mir auf jeden Fall auch sehr wichtig und zum anderen sieht es natürlich optisch sehr, sehr geil aus in dem Schwarz-Rot, passt auf jeden Fall super. In jedem Gaming-PC, besonders wenn man das Ganze dann auch offen gestalten will, das mal reinschauen kann, macht das Mainboard natürlich einiges her. Ja, hier nochmal die Verpackung, alles Wichtige auf einen Blick, fand ich eigentlich sehr, sehr nice gemacht, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, wenn man es kauft, aber wenn man es dann einfach mal sich hinstellt oder anschaut, ist es natürlich sehr, sehr praktisch gemacht. Ich würde natürlich sagen, wir packen das Ganze jetzt einfach mal aus und schauen mal, wie das Ganze von innen aussieht, denn ich denke, das ist das Wichtigste. Wenn man das Ganze hier geöffnet hat, kann man dann das Mainboard rausnehmen. Wir haben hier ein paar Einzelteile, was alles dazu ist, zum einen hier ein bisschen Beschriftungszeug, also ihr könnt zum Beispiel eure SATA-Kabeln und andere Kabel beschriften, dass ihr halt genau wisst, wo was dazu gehört, wer das halt braucht. Ansonsten ein bisschen Beschreibung und natürlich die Beschreibung von dem Mainboard darf natürlich auch nicht fehlen. Ansonsten haben wir halt hier noch die CD-ROM mit dem ganzen Programm, die Blende für das PC-Gehäuse. Hier habt ihr mal noch einen Adapter, dass ihr einfach das Ganze etwas leichter habt beim Anschließen, wenn ihr einen Power-Knopf, Reset-Knopf und so weiter ans Mainboard anstecken müsst. Ihr könnt das davor erst auf die Adapter stecken und dann ans Mainboard, werdet ihr aber später nochmal sehen. Natürlich dürfen auch die SATA-Kabeln nicht fehlen und hier haben wir noch ein SLI-Kabel, wenn ihr zwei Grafikkarten habt und das Ganze dual laufen lassen wollt. Was natürlich besonders wichtig ist, wenn ihr mit Mainboard oder generell mit PC-Teilen arbeitet, ihr solltet euch auf jeden Fall vorher entladen. Funktioniert am besten einfach mal an die Heizung greifen, also da wo es unlackiert ist, dann müsstet ihr eigentlich so weit entladen sein, dass ihr die Bauteile ohne Probleme angreifen könnt. Ihr seht natürlich hier und da bei irgendwelchen professionellen Leuten, die haben dann immer so ein Armband dran, was zum Entladen dient, aber der einfache Griff an den Heizkörper sollte eigentlich ausreichen. Jetzt werden wir einfach mal die neue CPU auf das Mainboard aufbauen. Wie das Ganze funktioniert, ist kein Hexenwerke, es ist ziemlich einfach. Ihr seht schon hier, haben wir noch eine Plastikklappe, die nimmt man einfach ab. Ich habe die davor schon mal gelöst gehabt, dass es jetzt ein bisschen einfacher abgeht und dann müsste man eigentlich bloß noch diesen Hebel hier an der Seite nach rechts rausdrücken und dann könnte man die CPU schon reinlegen. Zuvor packen wir aber natürlich das Ganze erstmal aus. Ich habe mich hier für den Intel i7-4790K entschieden. Die K-Variante einfach dafür, dass ich sie später doch mal übertakten kann, wenn ich mehr Leistung brauchen sollte, wovon ich zwar momentan nicht ausgehe. Wir haben jetzt hier nochmal den CPU-Lüfter dazu, der automatisch mitgeliefert wird. Können eigentlich auspacken und direkt wegschmeißen, denn wenn ihr wirklich eure CPU lange behalten wollt, beziehungsweise auch ein bisschen übertakten und damit rumspielen wollt, solltet ihr auf jeden Fall euch einen anderen CPU-Kühler kaufen, weil der taugt nicht viel. Ihr habt eigentlich die CPU, ist ziemlich klein. Das sollte eigentlich jeder schon mal gesehen haben. Und wenn man das Ganze jetzt mal auspackt, was ich hoffentlich gleich tun werde, habt ihr rechts und links zwei kleine Nasen. Also das sind so Einkerbungen und da ist es auch eigentlich unmöglich, die CPU falschrum einzubauen, außer ihr macht das wirklich mit viel Gewalt. Man nimmt hier die CPU einfach mal vorsichtig raus. Jetzt seht ihr hier wunderbar einfach, dass ihr rechts und links so eine kleine Einkerbung habt und das findet ihr auch einfach auf dem Mainboard-Sorkel für die CPU wieder, so dass ihr wirklich die CPU nicht falschrum einsetzen könnt. Also ihr braucht euch da eigentlich überhaupt keine Gedanken zu machen, dass ihr sowas mal falsch einsetzen solltet, und wenn ihr euch da ein bisschen Mühe gebt, dürft ihr keine Probleme haben. Hier sehen wir jetzt einfach diesen Hebel öffnen, dann können wir hier die Klappe runternehmen und dann vorsichtig die CPU einsetzen. Ihr solltet natürlich trotzdem vorsichtig die CPU einsetzen und mit nicht viel Druck, also es sollte einfach reingelegt werden. Sieht man hier sehr schön, man nimmt das einfach bloß und legt das rein und dann schaut man einfach nochmal, ob die wirklich fest sitzt oder ob sie irgendwie verrutscht ist. Und dann war es das eigentlich schon. So einfach ist es, eine CPU in der Mainboard einzubauen. Jetzt müssen wir natürlich die ganze Vorrichtung wieder schließen. Einfach die Klappe runter und dann ja den Hebel wieder runterziehen und einhaken. Ich empfehle euch da, dass ihr einfach mal beide Hände nehmt, weil das ein bisschen einfacher geht, als wenn ihr das mit einer Hand macht, wie ich das jetzt mache. Aber die Kamera war leider am Weg und deshalb muss ich es mit einer Hand machen. Ja, als nächstes verbauen wir meine RAM-Riegel. Ich habe natürlich RAM-Riegel rausgesucht, die von der Performance her gut sind und die natürlich von der Farbe her gut zum Mainboard passen. Die RAM-Riegel sind auch schwarz-rot. Das sind von Corsair. Ich liebe sowieso RAM-Riegel von Corsair. Ich hatte noch nie Probleme damit, deshalb habe ich mich auch dafür entschieden. Das sind hier 16 GB. Ich wollte erstmal testen, wie weit ich mit 16 GB komme oder ob ich vielleicht doch 32 GB verbaue, weil das Mainboard bis zu 32 oder glaube ich sogar 64 GB unterstützt an RAM. Und ja, ihr solltet natürlich in der Beschreibung lesen, auf welcher RAM-Sockel ihr eure ersten RAM-Riegel setzen solltet. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Dann ist es auch noch wichtig, dass ihr natürlich darauf achtet, dass ihr diese Einkerbung bei dem RAM auch richtig rum einsetzt, dass ihr natürlich den RAM-Riegel auch befestigen könnt. Ich kannte mal jemanden, der hat das natürlich nicht gemacht und hat dann mit Gewalt versucht, das reinzudrücken und hat natürlich das Mainboard kaputt gemacht. Also einfach auch hier wieder gucken. Ihr habt hier eine Nase und eine Einkerbung in den RAM-Plätzen und deshalb sollte euch das Einstecken von dem RAM-Riegel auch nicht schwerfallen. Man kann da auch nicht viel falsch machen, wie ihr halt hier seht. Und dann hat man auch eigentlich das Mainboard soweit schon mal zusammengebaut, dass man das Ganze ins Gehäuse bauen kann. Es ist immer von Vorteil, dass man so viel wie möglich außerhalb des Gehäuses zusammenbaut und erst dann das Ganze ins Gehäuse reinbaut, so wie wir das halt hier gemacht haben. Ja, als erstes solltet ihr natürlich hinten die Blende einsetzen und dann einfach mal schauen, wo eure Verschraubungen vom Gehäuse sind, dass ihr wirklich das Mainboard auch richtig aufsetzt. Dann natürlich ein bisschen mit Feingefühl das Mainboard einsetzen. Sollte vom Prinzip her auch nicht schwer sein, denn ihr habt auch hier wieder im Gehäuse von BeQuite einen kleinen Stift und mit Hilfe dieses kleinen Stiftes ist es möglich, das Mainboard wunderbar zu zentrieren und dann zu verschrauben. Das sollte auch für jeden Laie kein Problem dann mehr sein. Und wir sind jetzt auch schon am Ende des zweiten Teils. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Im dritten Teil werde ich mit euch dann den kompletten PC zusammenbauen. Ich musste das Ganze halt in drei Teile aufteilen, weil es sonst einfach zu viel gewesen wäre. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder fleißig Daumen nach oben gebt und natürlich beim nächsten Video mit einem Startzeit. Und bis dahin, bleibt geschmeidig, lag auf, lag ich von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.